Ich grüße euch. Ich habe mir gedacht, da ich gerade das Spiel Escape Zombie City ausgepackt habe und da ein Soundtrack bei gewesen ist, aus welchem Grund auch immer, es hatte ich noch nie, dass bei einem Spiel ein Soundtrack dabei war, spiele ich euch den einfach mal vor. Ich weiß nicht, ob man das darf. Ansonsten hat YouTube ja locker die Möglichkeit, den zu löschen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich habe selber noch nicht reingehört, deswegen wird es wahrscheinlich sehr interessant. Das ist einmal der Escape Zombie City Soundtrack 1 und 2. So, wenn ich jetzt anfangen würde, dann wäre alles cool. Okay, das ist ja interessant. So, wie geht'ssigh? So, wie geht'sめinig? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bis denn dann.